Mehr als 140.000 Menschen in Deutschland haben im Jahr 2018 den eigenen Mann oder die eigene Frau als Monster kennengelernt. Ab dem Punkt, ab dem wir verheiratet waren, hat sich das Blatt komplett gewendet. Vermutlich gibt es noch viel mehr Betroffene. In der Statistik tauchen nur die Fälle auf, die zur Anzeige gebracht werden. Während meiner Recherche habe ich mit Tätern und vielen Betroffenen gesprochen. Nur einige bekam ich vor die Kamera. Da ist sie halt so ausgerastet, dass sie meinen Kopf genommen hat und auf eine Platte geschlagen hat, die dann auch kaputt gegangen ist. Und hat sie gesagt, geh mir aus den Augen. Rund 80 Prozent der Betroffenen von Partnerschaftsgewalt sind weiblich. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer oder sexualisierter Gewalt betroffen. Ich wiederhole, jede dritte Frau. Auch ich weiß in meinem Umfeld von einer Frau, die von ihrem Ex geschlagen wurde. Jetzt hat er gesagt, dass er das nicht akzeptiert und dass er mich auch umbringen wird, wenn ich das nicht irgendwie zurückziehe. Gewalt findet sich quer durch alle gesellschaftlichen Schichten. Und auch Männer sind Opfer. Meine Tochter erlebt, wie die Mutter Gewalt gegen den Vater anwendet, die Polizei kommt und der Vater muss gehen. Die Scham ist groß, über häusliche Gewalt zu sprechen, bleibt unbequem. Wie also mit etwas umgehen, das überwiegend zu Hause passiert? Berlin-Kreuzberg. Hier bin ich mit dem Kollektiv feministische Plakate unterwegs. Hä, ist doch nicht zu lang für die Wand. Eine Gruppe junger Aktivistinnen, die Sprüche gegen Männergewalt kleben und Fotos davon auf Instagram posten. Das Kollektiv in Berlin zählt circa 50 Personen. Für das Plakatieren wurde noch niemand aus der Gruppe verurteilt. Bei feministische Plakate darf nicht jeder mitmachen. Cis-Männer sind unerwünscht. Also Männer wie ich, sprich als Mann geboren, hetero und damit auch ganz glücklich. Täter sind meist männlich, das denken sie in der Gruppe. Und das entspricht bei Partnerschaftsgewalt auch der Realität. Jetzt wird gerade geschaut, ob die Fassade glatt genug ist, damit die Zettel und der Kleister halten. Die Gruppe besteht aus fünf Personen. Zwei stehen Schmierer. Eine in dieser Richtung, die andere in dieser Richtung. Manchmal läuft jemand an uns vorbei. Aber das stört an diesem Abend weder das Kollektiv noch die Leute, die sehen, was plakatiert wird. Das soll nicht immer so sein, denn Stress mit Passanten gibt es durchaus, erzählen die Frauen. Die Gruppe ist überzeugt, dass sie ihre Botschaften manche verärgern, nicht das Plakatieren als solches. Gibt ihr bestimmt auch Leute, die sagen, ey, ist eine Ordnungswidrigkeit, sagt Beschädigung, was ist ein Ergebnis zu denen? Zum einen stimmt vielleicht auf juristisch-formaler Ebene, aber Dinge können wir definitiv nicht beschädigen. Also es kann einmal regnen und dann muss es weg. Also wenn jetzt die Person vorwirft, ja, das ist doch auch eine Form von Gewalt oder das ist doch Illegalität, mit der ihr was zeigt, die argumentiert gegen Illegalität. Aber uns geht das gar nicht irgendwie um dieses Legal illegal oder so, sondern es geht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit und Recht. Vor Gericht nicht immer deckungsgleich. In Brandenburg treffe ich Stefanie. Bei Instagram nennt sie sich LaFrex. Rund 60.000 Menschen folgen ihr dort. Neben Fotos von sich und ihren Hunden postet Stefanie manchmal auch Texte. Sie schreibt über ihre Erfahrungen mit Partnerschaftsgewalt. Mit Anfang 20 lernt Stefanie ihren heutigen Ex-Mann kennen. Weil er als amerikanischer Soldat zurück in die USA muss, geht Stefanie mit. Das junge Paar ist verliebt, heiratet. Dann beginnt für sie der absolute Horror. Ich hatte kein soziales Umfeld, ich hatte nur ihn und er hat dann relativ schnell klar gemacht, wir sind hier in meinem Land, hier gelten meine Regeln und du weißt nicht, wie das hier funktioniert. Du hast dich sozusagen mir unterzuordnen und das fing mit kleinen Sachen an, wie dass er ständig unterwegs war und mich dann zu Hause eingesperrt hat, also wirklich eingeschlossen hat. Das waren so psychologische Spielchen, wie dass er Wertsachen von mir, und ich meine nicht finanzielle Wertsachen, sondern emotionale Wertsachen, wie Familienfotos, wie auch immer, von mir versteckt hat, kaputt gemacht hat und mir richtig anhand von Taten gezeigt hat, wie alleine ich bin. Hast du denn die Möglichkeit gehabt, mit seiner Familie darüber zu reden? Interessanterweise kam raus, dass die Mama ähnliche Sachen erlebt hat. Das heißt, er ist wahrscheinlich auch wirklich damit groß geworden und das für die Familie, das relativ normal war. Also sie haben meine Ängste und meine Bedenken überhaupt nicht wahr und ernst genommen. Wie hast du ihr selbst geholfen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich diese Erkenntnis, dass das nicht sein darf. Ich habe irgendwann angefangen, mich den wenigen Freunden, die ich hatte, anzuvertrauen. Irgendwann haben wir dann eben auch, oder ich habe die Polizei gerufen und habe mich dann bei Freunden versteckt. Die Sache wird öffentlich. Der Arbeitgeber von Stephanies Ex-Mann, die US-Armee, erfährt davon. Die Militärpolizei, erzählt sie mir, nimmt den Soldaten für 72 Stunden in Gewahrsam. Er gelobt Besserung. Er hat sich entschuldigt, er hat gesagt, das kommt nicht mehr vor. Dieses, was viele ja dann auch sagen. Hast du das geglaubt, dass er gesagt hat, das kommt nicht mehr vor? Nein. Nein. Also ich, es gab in dieser ganzen Zeit keinen einzigen Moment, wo ich wirklich das geglaubt habe, was er gesagt hat. Ab dem Moment, ab dem er Grenzen überschritten hat, wusste ich, dass er weiterhin diese Grenzen überschreiten wird und dass er die Dinge nur sagt, weil sie gut klingen. Stefanie behält mit ihrer Vermutung recht. Die Tortur geht weiter. Sie berichtet, dass er ihr Handy und Geld wegnimmt. Nach zwei Jahren Ehe entscheidet sie sich, ihren Mann zu verlassen. Ein Freund hilft ihr, die Rückreise nach Deutschland zu organisieren. Alles passiert heimlich. In dieser Zeit, in der ich die Rückkehr, die Flucht geplant habe, sind natürlich auch andere Sachen passiert. Das waren Sachen wie Messer nach mir werfen, Teller kaputt schmeißen. Das waren Sachen wie Army- oder Militärgriffe sozusagen anwenden, mir in die Nieren treten. Es waren Sachen wie Vergewaltigung, dieses entweder du machst jetzt die Beine breit oder ich kann mein, also er hat das im Endeffekt wirklich so gesagt, wenn ich mich nicht releasen kann, dann bin ich sauer. Und wenn ich sauer bin, dann werde ich den Hunden was tun. Und weil das tut dir mehr weh, als wenn ich dir wehtue. Und das sind natürlich Dinge, die dann auch passiert sind. Also dass er sich mit den Hunden eingeschlossen hat, dass er die Hunde geschlagen hat und ich nicht rangekommen bin. Dann wäre ich auch ganz emotional. Und dass ich dann irgendwann mitgemacht habe. In einer häuslichen Gewaltsituation zu landen, das ist gar nicht so schwer. Aber aus dieser Situation rauszukommen ist so schwer, weil du natürlich kontinuierlich mit Drohungen zu tun hast. Und das sind ja nicht nur Drohungen im Sinne von, was könnte passieren, sondern es sind oft Drohungen von Sachen, die bereits passiert sind. Wie definierst du denn häusliche Gewalt? Das ist ja weitaus mehr als nur, in Anführungsstrichen, körperliche Gewalt. Wenn ich eine Person frage und sage, hast du Angst vor deinem Partner oder deiner Partnerin und die Frage wird mit Ja beantwortet, dann ist das für mich schon ein Zeichen von häuslicher Gewalt. Du hast ja sehr intensiv an dir gearbeitet, du bist ja in Therapiebehandlung gewesen, weil das ja alles sehr viel nach sich gezogen hat. Ich glaube, als ich geflüchtet bin, dachte ich, ich bin jetzt in Sicherheit und damit ist alles in Ordnung, weil er ist nicht mehr da. Aber er war trotzdem da. Ich konnte jahrelang nicht ohne Licht schlafen. Wenn ich nachts auf Toilette gegangen bin, hatte ich, obwohl ich rational wusste, er ist nicht da immer diese Angst, dass er gleich um die Ecke kommt, dass er mir wehtut. Das heißt, ich habe diesen Schmerz und dieses Trauma mit nach Deutschland genommen und habe irgendwann realisieren müssen, dass die Zeit alleine nicht alle Wunden heilen kann und nicht alle Wunden heilen muss. Und dass es für mich auf jeden Fall wichtig ist, mir auch therapeutische Hilfe zu holen, weil ich auch irgendwann gemerkt habe, das, was in mir passiert, das nehme ich in alle Beziehungen mit rein. Sie braucht fünf Jahre Therapie, um wieder richtig klarzukommen und ihre posttraumatische Belastungsstörung in den Griff zu kriegen, sagt sie. Stefanie fühlt sich mittlerweile stabil und kann auch wieder Männern vertrauen. Ich finde es sehr mutig, dass sie so offen mit mir über ihre Geschichte spricht. Therapieangebote gibt es auch für Täter. In Bad Kreuznach sitzt der Verein Täterarbeit häusliche Gewalt. Ich kann mit zwei Männern sprechen. Der eine ist Anfang 40, der andere Anfang 50. Beide sind Väter. Was genau ist in Ihren Beziehungen passiert? Also bei mir war es die labale Gewalt. Das heißt, wir haben uns sehr viel gestritten. Also keine Schläge in dem Sinne. Macht es das besser? Nein, um Gottes Willen, es macht es auch nicht besser. Es ist genauso Gewalt, als wie man schlägt. Was ist bei Ihnen passiert? Bei uns gab es, ich sag mal, psychische Gewalt in der Hinsicht, dass es dann eskaliert ist in Spannungsspitzen, die auch in körperlicher Gewalt geendet ist. Meist eher von ihr. Bis zu dem einen Tag eben, an dem er selbst gewalttätig wird. So unterschiedlich die beiden Männer sind, es gibt Parallelen. In ihrer Kindheit, in ihren Familien. Was ist bei Ihnen passiert? Ja, meine Mutter war unter dem Land. Also die hat bestimmt, was gemacht wird. Ja. Mein Papa war ein sehr etwas ruhiger Mensch. Bei Ihnen? Das war ähnlich. Also bei mir war es auch, dass die Mama den Ton angegeben hat. Und habe auch dort körperliche Gewalt erfahren. Von beiden Elternteilen? Von meiner Mutter, ja. Was machen Sie jetzt, wenn Ihnen klar wird, hier wird gerade die Luft dünn? Das ist gerade eine angespannte Situation. Weggehen. Weggehen oder auflegen. Ist man nach so einer Therapiesitzung, nach so einem Zyklus, an dem Punkt, dass Sie hier rausgehen und wissen, ich habe mich jetzt im Griff, das passiert nicht mehr? Würde ich nicht sagen. Man muss an sich trotzdem weiter arbeiten. Man muss am Ball bleiben. Wenn man jetzt sagt, es ist zu Ende, glaube ich, da liegt man falsch. Ich denke auch, dass das hier eigentlich nur ein Start ist. Ein Anstupsen in die richtige Richtung. Es war eine Spitze. Ich sehe mich ja nicht als Gewaltverbrecher in dem Sinn, der irgendwie sein Leben lang so durchgelaufen ist mit Gewalt und vor allem auch mit körperlicher Gewalt. Das waren Ausnahmesituationen, die ihre Gründe irgendwo hatten. Und diese Gründe wollte ich erfahren. Ich bin skeptisch. Was bleibt, ist ein diffuses Gefühl, dass das, was ich gehört habe, irgendwie auswendig gelernt klingt. Aber diese Arbeit wirkt. Täter sollten idealerweise ein knappes Jahr in Therapie bleiben. Die psychische Gewaltausübung in den Griff zu kriegen, dauert am längsten. Manche Männer kommen freiwillig, andere werden von einem Gericht gezwungen. Einsicht zeigen fast alle, sagt Julia Reinhardt, Leiterin von Contra Häusliche. Geben Sie mal ein Beispiel, welche Männer zu Ihnen kommen. Von bis. Was haben die gemacht? Ich habe Klienten, die vielleicht ausschließlich schreien, rumgeschrien haben. Massiv natürlich geschrien haben. Und ich habe aber auch Klienten, die schwerste Körperverletzungen begangen haben. Bis hin vielleicht zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dazwischen ist die Bandbreite sehr groß. Also sprich, es gibt die körperliche Gewalt, die ja, denke ich, jedem geläufig ist. Dann gibt es die sogenannte seelische oder psychische Gewalt. Und dann gibt es aber auch andere Formen von Gewalt. Soziale Gewalt, das heißt, ich bestimme, mit wem sich mein Partner zum Beispiel treffen darf, wie er sich kleiden darf oder eben auch nicht. Und dann die ökonomische Gewalt, also im finanziellen Bereich und die sexualisierte Gewalt. Können Sie vielleicht eine Sache herausstellen, die sich sehr häufig wiederholt eben in diesen Biografien? Also Sie sprachen von Gewalterfahrungen in der Kindheit. Ist das vielleicht so eine Sache, die ganz entscheidend ist? Ja, unserer Meinung nach ist das die entscheidende Sache. Weil wir eben keine anderen Hard Facts sozusagen ausmachen können. Es hat nichts mit dem Alter zu tun. Es hat nichts mit der Bildung zu tun, der sozialen Schicht und so weiter. Und was wir immer wieder erleben, ist in der Biografiearbeit, die ein ganz wichtiger Bestandteil ist in der Arbeit, dass unsere Klienten mehr oder weniger Gewalt erfahren haben in ihrer Kindheit. Das kann sein, dass sie das vielleicht auch nur miterlebt haben zwischen ihren Eltern, die Gewalt. Dass sie selbst nie körperliche Gewalt erfahren haben, aber das reine Miterleben eines Kindes, der Gewalt zwischen den Eltern kann massive Auswirkungen haben. Und das erfahren wir bei, ich würde sagen, fast 95 Prozent unserer Klienten. Ganz allgemein, was wünschen Sie sich von der Politik, wenn es um das Thema häusliche Gewalt geht? Ich denke, mit dem Wort Anerkennung ist, glaube ich, alles gesagt. Dass es seinen Platz hat und dass es auch als weltweites Phänomen anerkannt wird und das weltweit einfach sämtliche Gesellschaften belastet. Und damit die Politik ja auch, weil es kostet sehr viel Geld. Häusliche Gewalt verursacht jedes Jahr enorme Kosten, auch in Deutschland. Kosten für Krankenkassen, Kosten für Arbeitgeber, Kosten für die Gesellschaft. Wie Gewalt in der Familie einen Menschen nachhaltig schädigen kann, weiß Mira, die eigentlich anders heißt und in Thüringen lebt. Zu ihrem Alltag haben Angstzustände gehört. Sie musste ihr Studium abbrechen. Mira erzählt mir, dass sie von ihrer Mutter gequält wurde, die Zigaretten auf ihrer Brust ausgedrückt hat. Ihre Mutter hat sie in den Keller gesperrt. Und, das berichtet mir Mira, sie wurde auch sexuell von ihr missbraucht. Mit 21 ist Mira ausgezogen. Dann erst haben die Übergriffe aufgehört. Aber es gab halt eine Situation, da habe ich von meiner Mutter eine Backpfeife bekommen. Und die war so ungünstig, dass mein Auge halt auch betroffen war. Und es ist halt extrem angeschwollen innerhalb von ein paar Minuten. Also war auch richtig, richtig dick. Und es sah halt auch so aus, als würde das Lied platzen. So gespannt hatte das. Und da sind wir dann irgendwie, mein Vater hat dann abends noch zum Augenarzt gefahren. Und da habe ich dann halt gesagt, mir ist das passiert beim, Mensch ärgere dich nicht spielen. Und ich habe mich so geärgert angeblich, dass ich mir einen Stift beim Ärger halt ins Auge gerammt habe. Und mein Vater hat halt nichts dazu gesagt. Wer weiß davon noch in der Familie? Also vom physischen und psychischen bis ins alle. Und ich wurde ausgekranzt, als wir keinen Kontakt hatten. Also ich durfte da nicht zu Familienfesten oder sonst irgendwas. Und meine Mutter war da und hatte schöne Momente. Das glaubt dir dann niemand oder wussten alle nicht, wie sie damit umgehen sollten? Weil das... Ich glaube letzteres. Aber am Anfang hat mir zum Beispiel meine Oma gar nicht geglaubt. Die meinte dann... Also hat dann erst eingesehen, dass es stimmt, als meine Mutter selber zugegeben hat. Eigentlich möchte Mira ihre Mutter anzeigen. Sie traut sich allerdings nicht. Sie glaubt nicht an ein gerechtes Urteil und hat Angst, vor Gericht als Lügnerin dazustehen. Denn Beweise für das, was sie mir erzählt, fehlen. Das überrascht mich wenig. Welches Kind dokumentiert schon die Übergriffe eines Elternteils? Die Vergangenheit lässt Mira nicht zur Ruhe kommen. Ihre Mutter will davon aber nichts mehr wissen. Das heißt dann immer so, lass doch mal das von damals sein. Wie denn, wenn die Vergangenheit die Gegenwart und die Zukunft ist? Mhm. Geht ja gar nicht. Ich meine, klar, wenn sie halt sich nicht jeden Tag darauf konzentrieren muss. Aber ich muss es. Also... Was würde dir dann fehlen? Also was ist das, was dich immer wieder anrufen lässt? Und... Meine Mama, nicht meine Mutter. Es gab Zeiten, in denen Mira daran dachte, sich umzubringen. Sie war mehrfach in Therapie, auch stationär. Ich dachte, das ist vielleicht interessant. Damals wollte ich meinen Namen ändern lassen, weil ich den gleichen Nachnamen, wie sie halt nicht wollte. Die beiden Anträge auf Namensänderung werden allerdings abgelehnt. Und dann hatte ich hier nochmal, was weiß ich, in der Traumatherapie, haben wir viel mit Zeichnungen gemacht. Das hast du gemeint? Mhm. Da ging es um innere Helfer. Und ich hatte mir damals halt einen Ameisenbären als Beschützer ausgedacht und ein Faultier. Und es ist halt ein Teil für den sicheren Ort des Kindes. Das ist genau, was ich mir gewünscht hätte. Es sollten halt die beiden Seiten meiner Mutter sein und auf einmal dieses Liebevolle und es ist auf anderer Seite das Monster. Sie habe kürzlich den Kontakt zu den Eltern abgebrochen, um Täterkontakt zu vermeiden. Seitdem leide sie ihr Unterschuldgefühlen seit circa ab dem vierten Lebensjahr von ihrer Mutter körperlich misshandelt worden. Den Erzieherinnen im Kindergarten hätten die Hämatome nach Meinung der Versicherten eigentlich auffallen müssen. Du hast auch nie Kindergeburtstage gefeiert zu Hause? Nie. Ich habe meinen ersten Geburtstag mit Freunden gefeiert, als ich 2017 halt die Reha beendet habe, kurz davor. Wenige Monate davor. Mira ist Mitte 20. Ihr ist überhaupt nicht nach Geburtstagfeiern zumute. Ich habe ein halbes Jahr gedacht, ich sterbe. So schlecht habe ich mich gefühlt. Also auch körperlich, wir sind, ich weiß gar nicht, ob das funktionieren kann normalerweise. Ein bisschen halt Leberflecken abgefallen. Das Treffen mit Mira macht mich fertig und fassungslos. Der Horror kennt keine Grenzen. Ich frage mich, wie gut Miras Chancen auf ein Verfahren stehen würden, wenn sie ihre Verletzungen hätte dokumentieren lassen. Die Gewaltschutzambulanz in Hannover. Solche Einrichtungen gibt es überall in Deutschland. Betroffene von häuslicher und sexueller Gewalt können sich hier untersuchen lassen. Ihre Verletzungen werden dokumentiert, unabhängig von einer eventuellen Anzeige. Durch die Beweissicherung haben Opfer die Möglichkeit, auch später noch gegen den Täter oder die Täterin vorzugehen. Super, bis gleich. Wir werden abgeholt. Frau Doktor Anna Albers ist meine Gesprächspartnerin heute von der Medizinischen Hochschule in Hannover, Rechtsmedizin und eben auch von dem Projekt Netzwerk Probeweis. Grüße Sie. Geht ja ohne Handshake hier, nur so deswegen... Genau, da ist was. Hallo. Genau, hier geht es in den Sektionssaal. Das ist wahrscheinlich der Ort, den die meisten mit Rechtsmedizin am ehesten verbinden. Auch wenn man sagen muss, dass gerade in Niedersachsen klinische Rechtsmedizin halt eine lange Geschichte hat. Und letztendlich wir hier im Institut im Jahr mehr Lebende Betroffene von Gewalt untersuchen als Verstorbene. Welche Leute kommen denn so in der Regel zu Probeweis? Ja, das ist letztendlich sehr, sehr gemischt. Man kann da überhaupt nicht sagen, dass es dann ja das, was man auch Schichtzugehörigkeit vielleicht allgemein bezeichnen würde, das sehen wir so nicht. Es kommen Leute aus dem Bildungsbürgertum, genauso kommen Menschen aus vielleicht mit einem Migrationshintergrund. Sie sind überwiegend weiblich, also Männer kommen auch zu uns. Und wir sagen das auch explizit, dass unser Angebot eben für Frauen und Männer ist. Deshalb, wir sprechen immer von Betroffenen. Und ja, wir haben so fünf bis sieben Prozent männliche Betroffene und die anderen sind eben weiblich. Angeschlossen an die Rechtsmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover ist die Kinderschutzambulanz. Sie funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip wie das Netzwerk Probeweis. Wollen Sie auch einen oder trinken? Genau, ich würde auch einen Kaffee nehmen. Ich schenke jetzt einfach mal einen. Vielen Dank. Dankeschön. So, dann folge ich Ihnen. Okay, dann hier sind wir jetzt auf der Hauptetage des Institutes. Das Netzwerk Probeweis gibt es in ganz Niedersachsen. 40 Anlaufstellen existieren dort. Die Anfahrtswege zu den Partnerkliniken sind also immer kurz. Ja, wir haben hier so ein Wartezimmer, auch für Begleitpersonen, weil manchmal kommen die ja nicht alleine, wenn jemand draußen warten soll, weil der Betroffen sich das so wünscht. Und Sie sehen auch, wir sind so auf alle Altersklassen etwas eingestellt, wir haben ein paar Zeitschriften, wie beim ganz normalen Arzt, also Kinderspielzeug. Genau. Und hier ist unser Untersuchungsraum. Wir machen ja hier alles. Es geht ja hier von der Ohrfeige bis zu schwerer Folter, was wir hier zum Teil sehen. Also so kann man sich auch vorstellen, sind die Gemütszustände sehr unterschiedlich. Dann ist es so, dass auch der Gemütszustand häufig damit zusammenhängt, wie lange ein Geschehen her ist. Drei Viertel der Betroffenen kommen etwa in den ersten 72 Stunden nach einem Vorfall. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns ja hier viel mit Sexualdelikten beschäftigen, ist das eben auch wichtig, weil man eben Spuren wie zum Beispiel Sperma in der Scheide bis 72 Stunden auch nachweisen kann. Und dann wird es langsam, also wird es nicht langsam, sondern wird es wirklich schwierig. Deshalb sind diese ersten 72 Stunden sehr hilfreich. Grundsätzlich gilt, je früher man kommt, desto besser. Aber es ist auch nicht vergebens, nach einem Zeitraum von einer Woche noch sich vorzustellen. Wie können Sie als Ärztin, wenn Sie einen blauen Fleck zum Beispiel begutachten, denn zum Beispiel nach einem gewissen Zeitraum sagen, das ist jetzt ein blauer Fleck, der wirklich bei einem Übergriff passiert ist? Oder ist es vielleicht doch nur ein blauer Fleck, wo sich ein Mensch gestoßen hat? Also das frage ich mich für mich als Laie, ist das natürlich ein blauer Fleck. Es gibt da ganz typische Verletzungsmuster, zum Beispiel so Doppelkonturierung nennt man das. Das heißt also blauer, sozusagen blauer Streifen, heller Streifen, blauer Streifen oder dunkelrötlich-blauer Streifen. Das entsteht zum Beispiel bei Stockschlägen. Das sind ganz klassische Verletzungsmuster und da kann man auch mit einer hohen Sicherheit sagen, dass das nicht passiert, wenn man eben stürzt. Auch Fußtritte haben sehr charakteristische Muster. Hier sehen wir häufig so ganz, ganz oberflächliche Hautabschürfungen oder sogar ein Schubprofil kann man manchmal erkennen. Also jede Verletzung hat so für sich genommen sehr charakteristische Zeichen, die darauf schließen lassen, in Summe, dass das eben etwas ist, was wir nennen das dann von dritter Hand beigebracht wurde. Sodass man hier dann auch mit einer ziemlichen Sicherheit sagen kann, dass eine Vorfallsangabe plausibel nachvollziehbar ist. Das ist das, was wir tun. Wir prüfen letztlich Plausibilitäten. Kann eine Person, die betroffen ist, die Gewalt erleiden musste, das auch zu Hause dokumentieren? Also das Wichtigste bei Verletzungen ist ja immer, dass man sie in irgendeiner Form, wie Sie das nennen, dokumentiert. Das heißt, Fotodokumentiert. Und das ist auch etwas, was wir auch, manchmal kriegen wir auch Anrufe von Betroffenen, die sich einfach erkundigen und dann aber nicht herkommen wollen. Wir raten dann immer dazu, dass man letztlich ein Foto macht im rechten Winkel zur Auffälligkeit. Also wenn es jetzt der Oberschenkel wäre, einfach das Handy nehmen und senkrecht darüber halten. Man braucht für ein gutes Foto immer einen Maßstab, nachdem man zu Hause wahrscheinlich nicht so einen Winkel hat, so einen Winkel, wie wir den hier benutzen hat. Das ist das, was wir nehmen. Da ist eben auch ein Farbabgleich drauf und die Skala eben mit den Zentimeterangaben. Man kann ein Euro-Stück daneben legen. Also alles, was eine definierte Größe hat, könnte man sich dann quasi daneben legen. Und dann im Idealfall noch eine Tageszeit und dann hat man noch eine zweite Zeitangabe auf dem Foto. Und dann ist das ein Foto, was durchaus verwertbar ist. Für mindestens drei Jahre lagert das Netzwerk Probeweis Fotos, Dokumente und andere Spuren, die bei einem Gerichtsverfahren von Relevanz sein könnten. Szenenwechsel. Für Betroffene von Partnerschaftsgewalt wird es nach einer Anzeige nicht unbedingt einfacher. Dass die Staatsanwaltschaft keine Anklage erhebt, diese Erfahrung musste der Mann machen, den ich Alex nenne. Alex ist über 60, seine Ex beschreibt er als impulsive Frau. Das mochte er ja anfangs an ihr. Während eines Streits wurde sie dann aber gewalttätig. Alex ist geblieben, er hat gehofft, dass sie sich ändert. Ihr war das bewusst, sie hat sich auch entschuldigt und auch zum Beispiel gesagt, das kommt nicht wieder vor. Aber es kam dann doch wieder vor, dass, ich sag mal, in Streitsituationen es durchaus möglich sein konnte, dass sie auch gewalttätig wurde. Können Sie ungefähr sagen, wie lange diese Zeitspanne war in Ihrer Beziehung, wo es sehr unangenehm war, bis Sie dann den Entschluss gefasst haben, jetzt ist es wirklich an der Zeit zu gehen? Es muss etwa vier Jahre gewesen sein. Wenn man dann auch zusammen ein Kind hat, ein kleines Kind, dann verlässt man diese Partnerschaft nicht sofort. Es kam dann zu neuen Problemen, als sie bemerkte, dass ich eine neue Freundin hatte. Gegen die gab es dann auch einen Übergriff. Dann kam der Moment, wo sie meinte, mit Hilfe des Kindes das austragen zu müssen. Und das war erst der Moment, wo ich mir auch Hilfe gesucht habe, beziehungsweise wo ich reagiert habe, weil das wollte ich nicht zulassen. Hilfesuchen heißt in Alex' Fall, er erstattet Anzeige. So die langläufige Meinung ist, als Mann müsse man sich das ja nicht gefallen lassen. Und nur gibt einem die Gesellschaft nichts in die Hand, wie man dann eigentlich reagieren soll als Mann. Soll man seine Partnerin schlagen oder soll man sich wehren? Was soll man machen? Hilfsangebot gibt es nicht. Schlagen ist die allerschlechteste Option, würde ich jetzt mal an der Stelle sagen. Wenn Sie sagen, Hilfsangebote waren in Ihrem Fall nicht wirklich hilfreich, würde ich denken, vielleicht sich Freunden offenbaren? Ja, habe ich auch gemacht. Und ich sage mal so, die Hälfte hatte Verständnis dafür, die andere Hälfte nicht. Also selbst ein Klinikleiter sogar hatte damals gesagt, man zeigt doch seine Frau nicht an. Also er war vollkommen entsetzt, was ich da getan hätte. Irgendwann eskaliert die Situation. Die Mutter, so erzählt es mir Alex, will ihm trotz einer geplanten Übergabe die gemeinsame Tochter nicht überlassen. Er lässt sich nicht abwimmeln. Meine Tochter stand, das war so eine Treppe, stand oben und ich habe dann zu meiner Tochter gesagt, sie solle sich anziehen. Sie würde jetzt mit mir kommen und daraufhin hat meine Freundin mich angegriffen mit Gewalt. Und ich habe mich aber erstmal nur geschützt und dann hat sie sogar das Telefon, was dann da stand, genommen und mir auf den Kopf gehauen. Und dann, da habe ich die Polizei gerufen. Die Polizei ist gekommen und das Erste, was meine Partnerin da gesagt hatte, ist, er hat mich angegriffen. Ich war aber der Einzige, der verletzt war und ich habe die richtige Version erzählt und die Polizei wusste aber jetzt in dem Moment nicht, was sollen wir hier glauben. Ja, der Auftrag der Polizei ist, diese Situation erstmal zu entschärfen. Es war die Wohnung der Mutter und die hatten mich gebeten, die Wohnung zu verlassen. Meine Tochter erlebt, wie die Mutter Gewalt gegen den Vater anwendet. Die Polizei kommt und der Vater muss gehen. Alex wendet sich an das Jugendamt. Dort heißt es, man könne ihm nicht helfen. Er versucht, das Aufenthaltsbestimmungsrecht für sein Kind zu bekommen. Ohne Chance. Ein familienpsychologisches Gutachten wird angefertigt. Alex gilt darin als der Hauptaggressor. Also andersrum wäre das nicht möglich. Ein Mann, der gewalttätig gegen die Mutter wird, der kriegt nicht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder. Also das ist überhaupt nicht denkbar, aber in diesem Fall ist es denkbar, weil man kann sogar in einem familienpsychologischen Gutachten dem Vater, also dem Opfer die Schuld dafür geben, dass er Gewalt erfahren hat. Das ist wie in den 60er Jahren, wo man einer Frau gesagt hat, die vergewaltigt wurde, ja du bist selber schuld, du hast ja einen Minirock getragen. Alex und seine Tochter sollen ein gutes Verhältnis haben. Die Trennung der Eltern hat die mittlerweile erwachsene Tochter in einer Therapie aufgearbeitet. Wohin können sich Männer wie Alex wenden, wenn sie Hilfe brauchen? In Oldenburg ist Deutschlands älteste Männerschutzwohnung. Sie existiert seit dem Jahr 2002. Eine Handvoll ähnlicher Einrichtungen gibt es in Dresden, Leipzig oder Plauen. Zum Vergleich, in Deutschland gibt es rund 400 Frauenhäuser. Das sind etwas über 60 Quadratmeter, ausgestattet so mit allem, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Kleines Badezimmer. Wolfgang Rosenthal, Mitbegründer vom Verein Männerwohnhilfe, führt mich durch die Drei-Zimmer-Wohnung. Zwei Männer können gleichzeitig hier wohnen oder ein Vater mit Kindern. Ja, eine komplette Küche mit Waschmaschine, Kühlschrank. Pro Woche kostet die Wohnung 95 Euro, wenn ein Mann sie alleine bewohnt. Die Männerwohnhilfe finanziert sich vor allem durch die Miete. Der Träger überlässt dem Verein die Wohnung mietkostenfrei. Öffentliche Mittel bekommt die Einrichtung nicht. Tatsächlich fällt ja hier in dem Raum eigentlich nur bei der Männerbibliothek auf, dass wir nicht in einer ganz normalen Privatwohnung sind. Weil sonst sieht das ja wirklich aus wie eine super herkömmliche Drei-Zimmer-Wohnung. Ja, genau. Also das ist ja auch so, die Männer kommen ja in einer sehr belasteten Situation oft hierher. Und uns war es wichtig, deutlich zu machen, dass das hier vielleicht das Ende eines Abschnitts sein kann, aber nicht das Ende des Lebens sein muss. Drei Monate darf ein Mann in der Regel hierbleiben. Welche Männer kommen denn so ganz generell zu Ihnen? Die größte Gruppe, die wir als Einzelgruppe so beschreiben können, sind Väter zwischen 35 und 45 Jahren, in der Regel mit einem Universitätsstudium und zwei Kindern. Und die Geschichten, die diese Männer erlebt haben, sind die sehr oft identisch oder ist das ganz unterschiedlich? Also individuell ist das schon sehr unterschiedlich. Aber alleine, dass man diese Eckdaten hat, lässt ja schon erkennen, dass es sich da eben oftmals auch um strukturelle Schwierigkeiten der traditionellen Kleinfamilie handelt. Also wenn man zwei Erwerbsbiografien von gut ausgebildeten Menschen mit Kindererziehung in Deutschland heute übereinander bringen will und das auch mit bestimmten eigenen Ideen und Ansprüchen, dann ist es oftmals irgendwann bei einer gewissen Prozentsatz auch die Gemeinsamkeit verbraucht. Und dann geht es eben nicht mehr weiter. Wobei bei uns aus diesem Personenkreis auch 60 Prozent immer noch wieder in die Beziehung zurückgingen. Das waren mal mehr, das waren mal fast drei Viertel aller Männer, die zurückgegangen sind. Aber das zeigt eben auch, dass wir hier nicht unbedingt auf Trennung setzen, sondern eher auf eine momentane Entlastung, um dann so zu sehen, wie können wir es neu organisieren. Bekortlein, hallo? Ja, hallo, hier ist Eva. Ja, guten Tag. Können Sie gerade sprechen? Ja, gerne. Wollen Sie erzählen, was passiert ist? Ja, also ich habe die Nummer von der Polizei bekommen, die war gerade hier bei mir zu Hause. Gerade vor ein paar Minuten, weil mein Mann mich so stark geschlagen hat, dass ich die Polizei gerufen habe. Die Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen, kurz BIC, betreibt ein Hilfetelefon. Sina, die ihren Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht nennen möchte, arbeitet für BIC. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir keine Gespräche aufnehmen. Sina telefoniert deshalb hier mit einer Kollegin. Der gestellte Anruf ist exemplarisch für viele Telefonate, die Sina und ihre Kolleginnen führen. Die Frauenhäuser des Landes Berlin informieren BIC über ihre aktuellen Aufnahmekapazitäten. So können gezielt Plätze vermittelt werden. Das ist halt ein anonymes Angebot und das halte ich auch für relativ wichtig, weil wir teilweise die erste Instanz quasi oder die ersten Menschen sind, wo die Frauen sich öffnen, wo die wirklich erstmal aussprechen, was passiert ist. Und einige Frauen möchten halt auch noch gar nicht handeln oder die wollen sich die Option noch offen lassen, dass da wirklich die Polizei kommt oder wie auch immer. Manchmal ist es ja auch gefährlich. Also das ist ja auch, wenn die Polizei kommt, dass das vielleicht noch irgendwie den Gefährder noch wütender macht und der dann tendenziell noch eher gewalttätig wird. Und mit dieser Gefahr müssen die Frauen ja auch ihre Schritte planen. Was ist denn das Ziel von so einem Beratungsgespräch, außer wahrscheinlich erstmal die Situation zu deeskalieren und eine Sicherheit herzustellen? Genau, also dieses einmal zu Sicherheit und dann wirklich einfach kurz zu intervenieren, wenn dann wirklich eine Krisensituation ist, da dann wirklich zu gucken, okay, einfach die Frau in Sicherheit zu bringen. Und dann meistens ist es ja auch so, dass die Frau eben mit einem Anliegen anruft und dass die Frau eben dann das Ziel der Beratung somit vorgibt. Wir raten Frauen nicht oder wir drängen Frauen nicht, sich zu trennen, weil wir halt immer sagen, das ist ihre Entscheidung. Und das ist auch, glaube ich, für die Beratung eher kontraproduktiv, wenn man da irgendwie jemanden zu irgendwas versucht zu drängen. Und wenn die Frau eben die Schuld bei sich selber sieht, dann klar sagt man da eben auch, so ein gewaltfreies Leben ist ein Menschenrecht. Und sie haben das Recht so, also sie müssen so nicht leben. Sie haben das Recht eben gewaltfrei zu leben und sie haben das Recht auf eine körperliche Unversehrtheit. So was kann man natürlich auch ansprechen und einfach nochmal so zu sagen, das ist im Gesetz verankert, dass sie so was nicht erfahren müssen. Das ist ein Menschenrecht. Aber die Realität sieht leider anders aus. Ca. 114.000 Frauen in Deutschland sind im Jahr 2018 Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden. Tendenz steigend. Die Dunkelziffer mit eingerechnet hat das jede vierte Frau schon einmal erlebt. Rein rechnerisch müsste es in meiner Familie, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und unter meinen Kolleginnen einige Frauen geben, die Gewalt erfahren haben. Allerdings weiß ich nur von einer einzigen Person. Wie groß muss die Scham sein, sich jemandem anzuvertrauen? Wundert Sie, dass das nur eine ist? Also ich kriege das schon auch im Privaten mit, dass da Frauen irgendwie in irgendeiner Form von Gewalt oder psychischer Gewalt oder sowas durch den Partner, dass sie dem ausgesetzt sind. Wie hat sich denn Corona auf Ihre Arbeit ausgewirkt? Als es losging mit Lockdown etc., sind die Zahlen erstmal runtergegangen. Und dann, als die ersten Lockerungen kamen, sind sie dann schon nochmal deutlich angestiegen. Also so mit den Lockerungen. Also man kann ja die Vermutung haben, dass halt Frauen, wenn die gerade im Lockdown oder also zu Hause sind, viel, dass dann viel Gewalt vorkommt. Aber dass sie einfach ja Schwierigkeiten haben, sich da irgendwie Unterstützung zu suchen, weil sie dann eben nicht mehr so einen Grund haben zu sagen, ja ich gehe jetzt mal raus. Wenn man so nicht mehr so viel macht oder so oder wenn der Gefährder einfach die ganze Zeit permanent zu Hause ist und vielleicht gerade nicht arbeiten geht, ist ja schwierig, dann auch zu Hause zu telefonieren. Aber das ist auch nur eine Mutmaßung. Alle Expertinnen und Experten, mit denen ich während meiner Recherche sprechen konnte, befürchten, dass die Covid-19-Pandemie verheerende Folgen für die Partnerschaftsgewalt haben wird. Die Quarantänemaßnahmen und der emotionale Stress bieten maximales Konfliktpotenzial. Die statistischen Daten des Bundeskriminalamts für das Corona-Jahr 2020 erscheinen voraussichtlich im Herbst 2021. Was muss sich ändern? Betroffene von Partnerschaftsgewalt dürfen sich nicht alleine gelassen fühlen. Kinder oder Jugendheimen hätten eine Art Alternative wäre. Ich finde, Stärke hat auch was damit zu tun, sich einzugestehen, dass man krank ist und sich Hilfe sucht. Bis 2023 investiert der Bund 120 Millionen Euro in den Schutz von Frauen. Das ist gut, aber reicht das? Das ist für mich keine Partnerschaft, wo ich damit rechnen muss, dass ich angegriffen werde oder sowas. Gewalt in Beziehungen und Familien betrifft Frauen, Männer und Kinder. Jede und jeder könnte etwas dagegen tun. Es ist ein riesiges alltägliches Thema, mehr als Leute begreifen. Und niemand redet drüber. Niemand redet drüber. Und solange wir nicht drüber reden und solange wir uns hinter dieser Scham und hinter diesen Stigmata verstecken, umso mehr bieten wir eben den Tätern auch den Raum, das weiterzumachen. Es braucht in unserer Gesellschaft ein klares Bewusstsein. Täter und Täterinnen müssen als solche benannt werden, auch wenn sie Menschen aus dem eigenen Umfeld sind. Das war meine neue Rabiat-Reportage mit dem Titel Der ganz private Horror. Und ich erzähle es in dem Film ja, dass ich eine Frau kenne, die Betroffene ist von Partnerschaftsgewalt. Wie sieht es bei euch aus? Kennt ihr Leute, Männer oder Frauen, die betroffen sind von häuslicher Gewalt? Bist du vielleicht selbst betroffen von häuslicher Gewalt als Opfer oder als Täter oder Täterin? Lass uns darüber diskutieren, wie wir damit umgehen sollten, wie wir mit diesen Menschen umgehen sollten, mit den Betroffenen, aber auch mit den Täter und Täterinnen. Ihr wisst, wie es funktioniert. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin da auch unterwegs und lese mir das durch. Nächste Woche kommt eine neue Rabiat-Reportage. Das Thema verrate ich an dieser Stelle noch nicht. Wir verlinken jetzt aber noch einen anderen Film von Die Frage. In dieser Folge geht es um Vergewaltigung in der Beziehung. Bleibt gesund!